es ist september und der sommer scheint nicht enden zu mögen also noch lange kein grund zu hause zu bleiben nein raus sich bewegen und was gibt es da besseres als bei kai geblau vorbeizuschauen und sich informieren über die ja die neuesten trends zum thema fahrrad und allgemein zum thema fahrrad kai grüß dich ja also wie du schon gerade gesagt es gibt eigentlich haben wir zwei themen wir haben eine interessante aktion bis ende des monats und wir haben schon neue 2019 modelle dabei jetzt die frage weiß man gar nicht wo man anfangen solle fangen wir doch mal langsam erst mal die tatsache es ist september die sonne scheint wir stehen hier draußen gut kurzärmlich und es doch wahnsinn oder oder supercool soll ja noch eine zeit lang so bleiben habe ich gehört zumindest mal diese woche ganz sicher uns ist ein warmer oktober gemeldet also ich würde sagen ran ans rad genau ich habe gerade schon gesagt es gibt keinen grund zu hause sitzen zu bleiben sie sagen auch ich kann nicht rausgehen nein man kann direkt bei diesem tollwetter bei dir vorbeikommen und schauen was ist gerade aktuelles oder geniales geiles bei der gibt genau und zwar fangen wir vielleicht mit unserer aktion zuerst mal an wir haben bis ende des monats also bis bis 30 september haben wir einige coole angebote und zwar für uns geht es zum einen um gewissen sortimentswechsel möchte ich mal sagen insofern haben wir auf alle gazelle rädern egal ob elektrorad oder ohne elektro haben wir hier so eine kleine auswahl stehen hier diese miss grace geschichten mit dem korb so wissen die style schiene hier neben dran siehst du zwei elektroräder zum einen mit dem shimano antrieb oder aber auch schon mit dem bosch mit dem integrierten akku haben wir 25 prozent auf alle gazellen aus der tiere auf alle gazellen aus der tiere genau hier steht es mal 25 prozent auf alle gazelle die du vorrätig hast das natürlich das die wir jetzt sehen das natürlich nicht alle du hast jede menge noch von wir haben noch jede menge aber gilt generell die aktion nur auf vorrätige räder natürlich darüber hinaus hatten wir ja letzte woche schon mal ein video zusammen gemacht wird da wo wir noch verschiedene modelle einzelstücke jetzt im moment raushauen also sind bis zu 50 prozent haben wir darauf und dann ganz interessant was natürlich dann auch die jungs die sich für die neue modelle interessieren noch mal bis ende des monats zehn prozent auf alles was vorrätig bei uns da ist okay das muss man zusammenfassen das sind ja quasi es ist ja quasi man darf das nicht sagen aber es gibt das so etwas was eine art üei ist oder auch genannt drei auf einmal also wir haben wir fassen zusammen wir haben hier einmal die geniale gazelle aktion hier stehen hier mal drei räder als beispiele 25 prozent auf alle vorrätigen gazelle räder hier bei kai gimmler dann geht es weiter mit der aktion rausverkauf hier sind noch ein paar wenig übrig geblieben richtig die aktuelle ganz gut oder die lief richtig gut genau weil hat man bis zu 50 prozent also noch ein paar einzelne übrig also da müssen die leute dann auch jetzt langsam schnell sein und sind sie weg und dann noch mal zehn prozent auf das gesamte restliche sortiment auf alles was noch da ist bis ende des monats wahnsinn das heißt man muss einfach nur ganz schnell bei dir vorbeikommen und sich diese schnäppchen sichern kai falls es jemand noch nicht wissen sollte wo er kai gimmler bikes finden sollte wo wann und wie kann man das machen also abfahrt ikea fahren wir raus halten uns anstatt einwärts auf der rechten seite sind wir zu finden und wir sind immer dienstags bis samstag 10 bis 18 uhr da perfekt also den sommer weiter genießen etwas tun sei es mit einem klassischen rad mit einem ebike aktion von gazelle raus verkauft bei kai gimmler und auf alle räder drin aktuell bis ende des monats 10 prozent vorbeikommen spaß haben losfahren so ist richtig und